das ist die zeit wo wir normalerweise nie auf survivor warten müssen wo wir immer eine volle vierer lobby finden weil er wird auf killer warten und heute müssen wir glück haben dass überhaupt welche finden er hat die ersten beiden spiele auch nichts gebracht von daher aber ihr wisst was ich meine denke ich ich ja 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 hast du dich aufgehangen oder wie sieht das aus wir sehen uns leuke ja jetzt und Das war's für heute. naja ich setz mich nicht meine number one map für Nemi aber ich nehm sie ah ah Ich bin so froh, dass ich das mit aufnehme noch Oh, Michaela, wie unlucky kannst du sein Ich bin so froh, ich bin so froh Ah, finally Sie verbrauchen jetzt schon eine Vaxin? Ich meine, ich nehme sie, aber wird noch drei übrig Oh Gott sind die Zell zu verfolgen Hi Zweite Vaxin schon, wow Ah, der Zombie hat gepennt, schade Ah, der Zombie da drinnen pennt er komplett gerade Leider So nehme ich es auch, Gottes Willen Bin doch nicht so wählerisch, aber Okay Okay Hat echt nicht mein Zombie-Tag, ne? Obwohl der erste war richtig gut Ich darf ihn nicht beschweren, never mind me Ich habe nichts gesagt Ich kann schon wieder vergessen, dass der erste richtig, richtig stark war Ja, 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 Zombie, come Zombie Die dritte Vaxin Die geht nicht richtig verspenderisch damit um Die dritte Vaxin Ich habe noch keine mehr fürs Endgame dann Ja, das war dann wohl lag Gottes Willen Und jetzt Jetzt kannst du spielen nochmal Ich verschwende gerade viel zu viel Zeit mit dir Ich bin ja, ich bin jetzt Ich bin ja, ich bin ja Ich bin ja, ich bin ja Was hast du denn gesehen, Zombieloin? Aber letztendlich jemand Alter Ja, eher so nein Oh mein, du bist ja nicht fertig, shit Darüber haben wir sie zu zweit dran, fuck, muss mich beeilen Lass mich raten Ja, doch nicht I tried Oh Mann, wenn man hier die Map ist ein bisschen groß für die Zombies Und ich bin jetzt auch nicht gerade so gut unterwegs Ich habe mich jetzt ewig von Oh Gott, ich sehe den komplett über die Karte verteilt Ich habe mich auch ewig vom Chill verarschen lassen am Anfang Ja, drei Stacks of nowhere out Vielleicht hol ich noch einen Kill oder zwei raus Dann kriege ich vielleicht bei den Endgame-Kills zusammen Okay, niemand schaut gleich, interessant da wird jetzt einer schon mal raus ok da ist jemand da drüben ist jemand shit ihr habt ja keine maxien zum übrigen das ist aber euer problem gerade was besser gewesen ohne frage das war leider auch nicht die letzte die drüben sind ok now we are to getriggert zombie hat die vierte aufgenommen das war jetzt ungünstiges timing ich glaube du bist bei der letzte oder ich glaube ich habe noch nicht gehangen gehabt nein ok Jetzt doof, was soll ich sagen? Ich komme halt nie in Time zum Gate zurück, die machen jetzt auf und gehen raus. Ah, Shit. Oder auch nicht. Die Zombies haben etwas leuchter. Oh, Shit. Nein. Ich verfehle sie. Ich verfehle sie einfach. Verdammte Axt. Es hätte funktionieren können. Schade. Aber immer mit 2 kills. War ein gutes Spiel. Das war ein richtig gutes Spiel. Die waren richtig stark. Oh Gott. Ah, da hätte ich einen dritten Kill haben können. Schade. 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 Schade.